Wohnen in Pirna-Kopitz. Wohnen im Quartier Lindenstraße. Die städtische Wohnungsgesellschaft Pirna vermietet schöne Ein- bis Vierraumwohnungen. Das Quartier Lindenstraße liegt in einem intakten Wohnumfeld. Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Kindertagesstätten und der Bus sind schnell zu erreichen. Pkw-Stellplätze stehen direkt vor dem Haus zur Verfügung. Familienfreundlich Wohnen in Pirna-Kopitz. Zuhause sein im Quartier Lindenstraße. Nähere Informationen bei der städtischen Wohnungsgesellschaft Pirna. Wohnen auf dem Pirna-Sonnenstein. Wohnen im Quartier am Feldrhein. Die städtische Wohnungsgesellschaft Pirna vermietet zwei- und dreiraumwohnungen, alle ausgestattet mit Balkon und freiem Blick über das Feld auf die Höhen der Sächsischen Schweiz. Am Feldrhein leben mehrere Generationen unter einem Dach. Für gesellige Runden steht eine Begegnungswohnung zur Verfügung. Gemeinsam leben auf dem Sonnenstein. Leben im Quartier am Feldrhein. Nähere Informationen bei der städtischen Wohnungsgesellschaft Pirna. Zuhause sein auf dem Pirna-Sonnenstein. Wohnen bei der WGP. Karl Brause ist vor sechs Jahren auf dem Sonnenstein heimisch geworden. Beinahe täglich geht der Hobbyfotograf im Stadtteil auf Motivsuche. Es gibt Leute hier, mit denen wir gut befreundet sind, die wir kennengelernt haben. Es gibt die Kirchgemeinde, bei der wir zu Hause sind. Es gibt ein paar schöne Wege, die man mit dem Rollstuhl fahren kann. Bei uns wohnt die 100-jährige Mutter meiner Frau noch mit. Es ist sehr viel Grün gepflanzt worden und wird auch gut gepflegt. Sich heimisch fühlen auf dem Sonnenstein. Wohnen bei der WGP. Zuhause sein auf dem Sonnenstein. Wohnen bei der WGP. Ich habe hier auf dem Sonnenstein eben in dem Soziokulturellen Zentrum mein Projekt. Und zwar ist das die Elternschule. Da habe ich jetzt einen Eltern-Kind-Treff aufgebaut. Und dann organisiere ich mit den Vereinen des Soziokulturellen Zentrums immer das Stadtteilfest, dieses Jahr der siebte und den zweiten Frühlingsmarkt. Und das ist für mich sehr wichtig. Und deswegen liebe ich auch den Sonnenstein. Sich heimisch fühlen auf dem Sonnenstein. Wohnen bei der WGP.